Wie kann man YouTube Shorts löschen? Möglicherweise haben Sie ein YouTube Shorts Video veröffentlicht und möchten dieses nun löschen. Gehen Sie dazu unten rechts in Ihr Profil. Klicken Sie in diesem Abschnitt auf Ihr Konto. Klicken Sie nun hier auf die Option zur Video verwalten. Alle Ihre Shorts Video werden in diesem Abschnitt angezeigt. Jetzt öffne ich in diesem Abschnitt dieses Video, damit Sie sehen können, dass dies das Video ist, das ich löschen möchte. Ich hatte dieses kurze Video bereits aufgenommen und hochgeladen. Jetzt müssen Sie auf die Option mit den drei Punkten daneben klicken. Hier müssen Sie auf die Löschoption klicken. Wenn Sie nun sicher sind, dass Sie dieses Video löschen möchten, bestätigen Sie es hier. Auf diese einfache Weise wird Ihr YouTube Short Video gelöscht. Achten Sie nur darauf, dass Sie nach dem Löschen nicht mehr darauf zugreifen können. Gehen Sie also absolut sicher, bevor Sie mit dem Löschen des Videos fortfahren. Bitte liken und Kanal abonnieren.